Hey, du bist doch der Dummbabler! Ja, was geht denn bei dir ab? Nicht so viel, aber ich hab gehört, du streamst später. Ja, man, 18 Uhr geht's los. Du nimmst doch jedes Mal irgendwas davor, ich weiß es genau, du Pisser. Jedes Mal werde ich es gefragt, natürlich nicht!